So, willkommen zu Let's Play Torchlight 2. Die finale Version ist ja jetzt mittlerweile raus. Im Euro-Raum für 16 Euro zu bekommen, direkt beim Hersteller. Und wenn man es direkt beim Hersteller kauft, verdient er auch am meisten dran, was ja bei so einem Preis durchaus zu unterstützen ist. Wir fangen natürlich gleich von Anfang an. Ich wähle mir die Klasse Berserker aus, also das ist der Nahkämpfer. Ja, nehmen einen männlichen, kann ein bisschen die Gesichter durchswitchen. Sieht ein bisschen aus wie Jason Statham. Na, der Euro-Käse sieht doch gefährlich aus. Naja, bunt gibt's nicht, da wäre es ein schöner Pranke. Sascha Lobo kann ich auch nicht machen. Okay, lassen wir das so. Dann noch einen Charakternamen nehmen. Und wir können uns auch ein Tierchen aussuchen. Das kommt, glaube ich, im nächsten Fenster dann. Jawohl. Da hat sich die Auswahl ein bisschen erweitert. Sogar, ja, Vögelchen und... Ach, Chihuahua oder was ist das? Ich bleib bei meinem Panther hier. Oh ja, ein Pet-Name lass ich einfach mal. Und spiel gleich im normalen Modus und hier natürlich erstmal Single-Player. Ich bin jetzt hier an einem Laptop und Fraps läuft halt für die Aufnahme. Und ich finde, dass das Spiel sich mit sehr wenigen Ressourcen also wirklich zufrieden gibt. Das ist ziemlich positiv. Gut, das hat bei mir noch nie funktioniert. Warum auch immer. Deshalb überspringen wir das, das Tue ich halt jetzt nicht dann. Gut. Geschichte ist ja eh nicht so wichtig. Wir holen uns hier gleich in seinen ersten Aufbräder. Ich denke, das ist so weit, wie ich gehen kann. Du solltest... Das Spiel ist am Anfang jetzt noch auf Englisch. Es soll aber auf Deutsch irgendwann nachgepatcht werden und die Box-Session, die später herauskommt... Entschuldigung. Die soll dann sowieso auf Deutsch erscheinen. So, ich las mal was dringen. Und weiter geht's. So, da kommen schon die ersten Gegner. Ich zumein ein bisschen ran, dass mir ein bisschen passiert. Und mein Bekleider, der hilft mir hier natürlich nicht tatkräftig beim... ...dennärvermöbeln. Was haben wir da schönes eingesammelt? Ich werde mal ins Inventar schauen. Der hat er gleich angelegt. Ach, ich habe jetzt noch gar nichts. Okay, ich bin also noch... ...kauf nur Waffen. Was können die Waffen denn? 21 Damage per Second. Okay. Gut. Und hier auch ganz schön, wenn man halt in dem Gebäude, in dem Gegenstand ist, man sieht sich halt trotzdem. Und die Gegner, wenn man die Boote erstellt... ...also man behält da auch den Überblick, wenn man sich selbst nicht direkt sieht. So, jetzt lehren sie mal durch. Das scheint ja noch recht einfach zu sein. Ich bin auch bald beim Levelaufstieg und sind uns an der Leiste. Ah, jetzt bin ich ja schon ein bisschen größer hier. Gucken wir, ob ich ohnehin halt ein Level-Affekt ist, mein Leben hier wieder voll. Und dann, wenn ich auf die Beine bin, dann bin ich ja schon so. Ach, ich werde jetzt noch mal und ich muss mal durch. Ach, ich werde jetzt noch mal durch. So, gut. Das ist doch schön. Gut. Ich sehe, das ist jetzt noch sehr schlaurig hier, das erste Level. Ich muss mal einfach durch. Ach, vielleicht soll ich mal meine... ...äh... ...hau ich mal ab. Ich verteile hier erstmal meine Skills, da ich Berserker bin, Strengths und Vitality. Das macht Armor. Und ja, da nehm ich auch noch eins. Da krieg ich nämlich Critical Hit Chance, also da lande ich dann bessere Treppe mit. Und natürlich immer alles schön durchsuchen, nach Gold und nach Gegenständen. Oh, jetzt kommen wir etwas von den Gästen unten an der Aura. Aber das wird schon mal wiedergeschrieben. Das sieht jetzt noch hier recht einfach aus, für den normalen Schwierigkeitsgrad, weil ich bisher noch keine... Trotz Bossgegner eigentlich noch keine... äh, keinen Trank nehmen müssen. Das war auch der Eindruck bei mir von der Beta, dass die zu einfach ist und normal. Aber das wird sich im Lauf des Spiels noch ändern. Also der ist schon in Ordnung, der normalen Schwierigkeitsgrad. Ist jetzt vielleicht am Anfang nur so, aber später wird es dann auf jeden Fall anspruchsvoller. Ich hab die Spezialfertigkeit ab jetzt auch noch nicht gefeiert, ne? Ich hab die Spezialfertigkeit ab jetzt auch noch nicht gefeiert, ne? So, und das gibt's hier auch manchmal, was wir hier sehen. Ich hab ja zum Beispiel jetzt vorhin einen goldenen Schlüssel gefunden. Und damit kann ich solche, also verschlossenen Truhen dann aufmachen. Ich glaub, das gab's ja in Diablo auch. Verschlossene Truhen und Schlüssel finden. Okay, das wäre selten. Äh, ja. Ich hab's ja für mich. Tipps kommt mir hier. Bla bla bla. So. Da bekomm ich zum Beispiel Leben zurück, wenn ich einen Critical Strike hinbekomme. Es gab auch irgendwas, wenn ich mich recht erinnere. Was ist die Show? Naja, wobei, ne, ich muss hier Critical Strike. Nehme ich das, weil das ist immer ganz praktisch. Äh, muss man, kostet keinen Mana, muss man das aktivieren und bekommt einfach Leben. Wenn man mal kritischen Treffer landet. Das ist jetzt hier knackig. Und das ist ja schön. Kann ich gleich weiter verteilen. So. Dann skillen wir doch mal wieder weiter. Nehme ich die hier wieder mal. Das ist einfach so nah, ja. So. Kann ich einfach ne ganze Gegner-Grube schön mit attackieren. Und später muss man dann auch ein bisschen was auf Fokus geben, weil sonst hat man immer irgendwie hier diese 57 Mana. So. Den sprechen wir immer an. Leider hast du es geschafft. Ich glaub ich. Okay, jetzt kann ich hier, äh, der bedankt sich jetzt bei uns und ich kann mir jetzt hier eine Belohnung aussuchen. Ich aber, ich nehme mich auch immer ein bisschen an den Preisen. Zum Beispiel, da gibt's immer auch was als Belohnung für mein Tierchen. Aber wir sind jetzt erstmal selbst auf was angewiesen Ich nehme mal den Und man hat gerade gesehen, man bekommt Fame Und Fame ist So ein Machen wir hier mal auf Also man hat hier die ganze normalen Ja, das ganze normalen Level Und kann hier noch so Fame-Levels aufsteigen Das heißt wiederum, dass man dann Ein Skillpunkt extra bekommt Und Fame gibt es halt eben Für erledigte Aufträge oder für Bossgegner Hätte man sich ja auch sparen können Weil man muss die Bossgegner doch erledigen Hilfen halt nur, wobei wenn man Nebenquests annimmt Da ist es dann doch schon Das ja optional, die Nebenquests Da bringt es halt nochmal mehr Wenn man dann die Bossgegner erledigt Ja, das war jetzt das erste Let's Play Wir sind jetzt einfach mal Ja, zur Enklave durchgeritten Und ja Die richtig spannenden Abenteuer Folgen dann im nächsten Teil Ja, das war jetzt